Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty Black Ops 4. Wir spielen den normalen Modus Herrschaft im Multiplayer zusammen mit Felix. Moin moin. So, was wählen wir denn? Ich bin für Sturmgewehr. Und dann hier Moment. Aschein, auch mal einjacks. Ist doch eigentlich schon... Ich spiele jetzt noch mal in mein neues Held, gehen mal gucken wie das ist. Kann ich reinschmeißen, dann wegschneiden und die Klasse in der Runde. Ne, ich bleib einen Moment. Dein Hund, dein Lieblingshund. Ja, also ich finde der Rest ist so, ja gut, aber nicht so meins. Ich meine der Hund, der hat so gute Nebensachen und die Fallen, die helfen immer ganz gut. Die einfach mal hinzulegen. Ich nehme nochmal den normalen Punkt ein, den mein Gym einnehmen soll am Anfang. Ich muss ja mal gucken, ob sie hier schon kommen. Der Klo wird gesichert. Kommen alle, alle über, über der Seite, wo ich gerade war. Die schwingt alle runter. Ist der Punkt unten oder oben? Ich glaube, der ist oben, ne? Neun Knall ist einsetzbar. Stolpermine bereit zum Einsatz. Okay, warte mal hier. Der sitzt ganz hinten durch, oben im Fenster. Der hat einen Sniper oder ein Gewehr. Okay, ich nehme die B ein, ich gucke in das Fenster. Bravo, ist abgesichert. Da ist er wieder. Von der Seite. Oh mein Gott, da ist er noch hoch, ja. Ich bin still alive. Ich bin still alive, einmal wegrutscht. Ich gehe mal schwimmen, ne? Mal gucken, wie ich schwinde. Der Taktik-Einstieg geht online. Ich will noch mal gucken. Wir verlieren Alpha. Alpha wird da oben. Fuck, ich mach die Wache nütz. Warum ich nicht, was hier gerade passiert ist? Also steht mir nicht, wie sie ohne ist. Wir haben A verloren, ne? Ja, ich weiß schon. Der hat mich da gerade Kiff gehabt, um A einzunehmen. So ein Hammer. Wir verlieren B. Wo ist denn der? Oh, der ist tot. Ja, und weiter. Wir werden B verloren, ne? Ja. Okay, weil sie uns B holen. Macht die immer da, ich guck mal hier. Hinter mir. Wo kann der denn jetzt her? Hä? Na, unter uns, oder? Ich bin Wasser, warte. Der feindliche Drohne kreist. Und wo ist der jetzt in, ist die Mist, die Frage. Pass? Du bist toll, ja? Gut. Wir müssen Bravo erobern, irgendwie. Easy. Ich muss jetzt. B wird gesichert. B wird gesichert. B ist abgesichert. Ich hoffe, wenn wir mit Sniper nicht geholt werden. Gut. Oben Sniper. Hinter uns. Ich finde, wir machen viel zu wenig zu, als Team. Die kommen immer hinter uns. Feindliche Hellstorm, das geht schief. Oh ja, hat den Mate gerettet. Hey, der Feind wird gespawnt, Alter. Junge. Erstmal A, jetzt werden wir realen. Aber wir haben A verloren. Die Positionen da einnehmen. Ja, bin da. Dann haben wir. Ja, wollen wir erst mal... Oh, ich werde von irgendwann geschlossen. Hinten schon wieder. Unser Taktik-Einstiegs-Marker ist offline. Nehmen A ein. So, ich will jetzt erst mal A mit dem Mate. A ist abgesichert. So, dann lassen wir B pushen, gerade da. Ich habe auch diesen neuen Knall. Der pushen ist ja relativ, ne? Ich stand gerade, da habe ich gerade frei. Hä, was war das? Ist er gerade geflogen? Ja, da gibt es einen Greifwagen. Pass auf! Oh, ich habe richtig kassiert dafür. Pass auf, dass keiner von hinten kommt. Da kommt einer von der Seite. Seite! Abspult. Kommt einer jetzt hier durch den Tunnel. Beziehungsweise hat er versucht zum Laufen. Okay, komm, wir müssen noch ein CP vor. Oh, komm. Ah. Mist, der ist nicht gestorben. Das scheiß Ding. Du trägst Helikopter, alles. Es gibt nichts Schimmer, oder? Man kann nichts dafür machen, Alter. Taktik-Einstiegs-Marker, das ist ja. Ja, der hört mich schon wieder... Ich habe halt keine Chance. Ich kann mich schon nicht bewegen. Ja, Helikopter. Mazda. Wie viel ist das, der Sniper? Ist der endlich weg? Ich glaube, der ist weg. Den habe ich. Ah, fuck. Den ersten Timer verloren. Wir müssen jetzt definitiv mehr dagegen machen. Jo. Doch, du erster. Die Mission ist noch nicht vorbei. Weiter. Jetzt will ich sehen, was natürlich für MEP war. Einer weniger. Guck mal, Felix, dass was passiert. Ja, ich hab halt... Ja, rasiert wurde ich nicht. Passiert, nicht rasiert. Ich habe das Ziel ein. Ich habe ihn halt irgendwie kaum getroffen, mit Noskop. Über Kack, mit Noskop. Nur habe ich gesagt, passiert und nicht rasiert. Deswegen ist er abgesichert. So, mal gucken, wie es jetzt bei B läuft. Wir haben den ersten. Hinten sich hier einen Sniper. Bin tot. Wir nehmen B ein. Bravo ist abgesichert. Sollten halt viel mehr drauf aufpassen, dass wir nicht flankiert werden. Das heißt, viel mehr Leute irgendwo anders abstellen lassen. Das heißt, ich gehe jetzt von der Barra. Wir verlieren B. Okay, ich habe ein paar gekillt. Ich habe nur leider den Tod dafür gekriegt. Die sind halt bei uns. Das ist das große Problem. Wir verlieren Bravo. So, da oben? Okay. Okay, einen habe ich. Schulden Hund. Vielleicht schafft er was. Okay, der Hund hat geklärt. Alter. Checkst du schon mal in der Klasse, damit ich ein bisschen durchziehen kann? Den habe ich auch. Das ist der neue Wettbewerb. Der war ausgeschaltet. Freundlicher Tag. Einstiegsweiter online. Einstiegsweiter. So. Er erledigt. Drohne verfügbar für Aufgaben. Dann packt er das nächste. Fenster ist da einer. Pass auf, dass keiner hinter uns kommt. Ja, die Sniper ist halt schon stark. Ja, ich halte mal hier den Punkt. Versuchen halt, im Filtern zu außen rum zu gehen, okay? Ja, B ist bisher unter meiner Kontrolle. Schick auf den A. Ach, ich versuche mal einen zu nebenüber. Ich gucke ein bisschen nach hinten. So. So, den habe ich auch. Ähm, hier. Jetzt seht ihr, wo die Gecker sind. Hinter mir. Und. Holen wir mal den hier. So. Wie steht es eigentlich für uns? Ich sehe, ich sehe... Ah, jetzt habe ich es gesehen. Hast du denn gut? Alter, 5 HP, oh man. Ich bin wieder B. Okay, den habe ich. Bin fast tot. Was auch, dass keiner hinter dir kommt. Oder es ist halt ganz von dir. Hat er dich verwischt? Nee, nee. Oh, der hat mich schon einmal kurz erwischt. Lieber noch. Der hat mich halt jetzt auch erwischt. Hinter mir. Ja. Ja. Er ist von mir B. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Hellstorm nähert sich. Der Feind hat B. Hellstorm, das kann ja nicht mehr so gut sein. Wir haben wieder ein Heli. Das ist doch ein Scherz, Alter. Ich gehe hin und zu A. Ich spiele es mit dem Sturmgewehr, Alter. In der besten Waffe eigentlich. Ich spiele die ganze Zeit mit dem Sturmgewehr. Ich habe gerade mit meinem ersten AMG gespielt. Ich nehme A ein. Ach, so geil, der Heli! Und wurde gehetshottet. Ja, wir müssen irgendwas tun. So kommen wir nicht voran. Weil die ist halt mit dem Heli. Die Kampfhubschrauber wurde zerstört anscheinend. Also die Sniper, ne? Die haben beide Sniper kennen. Da hinten rum, weil ich für sie ist hinten rumzulaufen. Mach ich gerade. Wo sind die? Feindlicher Kampfhubschrauber über uns. Nee, der nächste Kampfhubschrauber. Schnell öffnen, wenn der andere drei. Ja, kann man wissen, wie es scheinen soll. Warte mal. Da musst du in so ein Dingsfall. Boah, fuck. Die haben hier einen Heli, ne? Das ist schrecklich. Wir brauchen einen Bravo. Aber die Milikopter kann man einfach nicht. Nicht irgendwas einnehmen, Alter. Das geht immer nicht. Nee, vor allem keine Spähe und so. Das ist halt keine Chance. Vor allem, das ist der Typ, der kriegt den zum zweiten Mal. Das muss man sich halt bedenken. Der Sieg ist nah. Macht alles klar, dann gehen wir nach Hause. Weg mit dir. Ja, da kam, keine Ahnung, da habe ich ja erschossen. Wir müssen es halt so aus, dass wir jetzt diesen doofen Helikopter haben. Ich habe jetzt die Komplettschuße in Helikopter, aber der Komplettschuße in Helikopter, damit er kaputt geht, passt jetzt gar nichts. Da dachte ich mal eine Andeutung, dass er kaputt gehen könnte. Jetzt geht er weg. Jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt müssen wir so viele Punkte holen. Ich war ja von der Fliege angegriffen. Ja gut, ne? Ja, ich bin gesponnen. HP gerade mehr hat er mit aufgeräumt. Hinten. Komm, wir müssen BSI nehmen. Wer ist denn Drohne? Boah, jetzt habe ich mich abgelenkt. Ja, Drohne, ja. Scheiße, Alter. Hätte gedacht, es wäre schlimmer. Ja, okay, wir haben B. Wir werden verlieren, so. Wir verlieren B. Die kriegen jetzt jeweils einen Punkt, wir kriegen zwei Punkte, die brauchen nur noch wieder von hinten. Boah, die hocken hier gerade überall rum, ne? Versuch mal, ich versuch mal A zu machen. Hat sich verledigt. Gut, jetzt gucken wir natürlich nach das Ende an. Gibst du? Ich bin das. Wo bist du hinterher? Den? Den? Das ist die zweite Sturmgewehrwaffe. Das ist Ramport, ne? Ja. Ramport 17 oder so. Ja, das ist ziemlich geil. Ich finde es auch ziemlich geil. Ich spiele es auch mit. Ich spiele es auch mit. Auf jeden Fall die Folge zu COD, der Gops 4. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao.